Wollen wir mal gucken, ob wir die Eidris noch bekommen. Taucht die eigentlich immer auf? Keine Ahnung. Oder nur wenn man gewinnt. Also gewinnen tun wir ja auf jeden Fall. Ja. Sind ja keine bösen Spiele da. Henry, du zappelst bei mir so. Also dein Signal. Hättest du Angst? Meinst du? Was mir aufgefallen ist, seitdem die Ares und die Redeemer und die etwas schwereren Geschütze aufgefahren wurden, sieht man wesentlich weniger Retaliator-Bomber. Klappt das da oben? Jo. Alles gut hier. Oh, mal was anderes als ne Hamillhead. Warte. Ne Valkyrie. Süß. So, ich flieg die... War das du zerschossen gerade? Ich hab gar nichts erschossen. Also so schnell kann ich nicht gewesen. Ich hab nur gehört Kill. Keine Ahnung, was das war. Also ich hab ein paar Schuss abgegeben, weil ich glaub, dass die nicht getroffen war. Aber das wäre ja explodiert. Ich flieg mal die Hammerhead an, ja? Was? Welche? Also. Boah. Die da. Die da. Die, äh, für dich die Eins, äh, Hyrex. Ja, war ja noch so weit weg. Das sind da ein Schuss. Das sind unsere Priorität. Aber irgendein Hostel ist in der Nähe. Der Marsch ist aus und ich hab mich nicht gekriegt. Oh Gott. Da sind so viele kleine Schiffe, wie überall. Wo sind die jetzt hin verschwunden? Jetzt hat gerade, wenn mein Ziel sich stört. Bei mir auch gerade. Und ich war noch im Anflug. Welches nehmen wir denn? Hier sind so viele Ziele. Was ist das da? Das ist echt Beste. Schau mal. Hier ist eine Hammerhead voraus. Siehst du sie? Eins. Direkt. Die Marker folgen. Da. Jo. . Gotten gegen die Ropes. Die Array aus' zu weakenen. Fokussieren und los Northeien. Hü-Hü. Nach, die Array aus. Ich habe die Reinforcement-Serie zu Quantklamen. Check. Confirma. Die Nine-Tails-Forschen in und dann aufbauen. Nichts wissen, was ich kommen. Ich habe bereit für alles. Flagships-Site. Die Nine-Tails viel per Eing-Tail-Gesieber. Das klingt nach Eidressenmann-Flug. Wo ist er denn? Ist er schon da? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Oh, doch. Da. Eidress ist da. Eidress ist da? Ist die Frage wo? Direkt beim Mission-Marker. Direkt beim Mission-Marker. Äh, wo ist der Mission-Marker? Ich hab' gerade schon aufgeschaltet. Bitte? Ich hab' gerade schon aufgeschaltet, ja. Da. Also da ist der Mission-Marker zum Glück. Ja, unter uns. Was ist denn das hier? Ich mach' mal kurz den Kleinkram hier weg. Den Kleinkram? Die haben wir jetzt? Ich kann auf die Idris schießen. Auf was kannst du schießen? Auf die Idris. Du kannst auf die Idris schießen, wenn ich bloß wüsste wo sie ist. Ach, nehm mal die da. Also wenn ich jetzt da oben gucke, wird's oberhalb sein. Ja. Ich find's schön, dass man hier für die Zerstörung jedes Schiffes Belohnung kriegt. Ja. Auch wenn man selbst nicht drauf geschossen hat. Ja. 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 Ja, ich kann selber kommen. Ja. 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 Das war ja ganz nett. Ach doch, das passt schon. Schön, dass du so schön still hält. Hey, die schießt auf mich. Alles okay, du wirst es verdient haben. Nein, ich bin den ganzen Leber. Wer schießt denn da auf uns? Wahrscheinlich sind die Idris drücken durch. Naja, ich seh's schon. Ich dreh mal kurz ab, ja? Aber nicht an die Spitze. Vor die Nase. Self-Status. Wie geht's uns denn? Ach, die Schilder sind auch voll da. Alles gut. Okay, ich geh wieder drauf. Der hintere Schild ist gleich da. Hm, das waren natürlich vier. Äh, nicht möglicherweise diese Ares, die schön dahinter schwebt und sich nur auf das Schild konzentriert. Ja. 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 Geh weg da! Das ist mein Platz hier. Ich war eher da. Oh, bitte ruhig halten hier. Nicht hinab. Ich muss ein bisschen bewegen, weil sie immer mal gerne auf mich schießt. Kriegt der schon ordentlich auf der Mütze. Du hast sie im Visier, oder? Ja, Direx, alles gut. Ja, alles gut. Wie so schön still hält. Oh, jetzt muss ich nach Hause. Das sind keine Mütze mehr. Was? Jetzt? Wer wird beschossen? Wir. Ja, aber die Schilde mucken nichts, alles gut. Ja, ein bisschen weg. Ich ömmel mal ein bisschen links-rechts, ja? Ja. In einem Moment schießen sie auf Skurak. Ist okay. Finde ich nicht okay. Ich bin froh, dass die Schilde mitten. Ich bin froh. 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 Ich glaube aktuell sind nur die Schilde. Ich bin froh. 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 Na, wer schieß denn hier? Böse Eidrus. Oh, das war's, oder? Ja, nee. Nee, das war die nächste Engine. Ich gehe gezielt vor. Gegen die Engine. Irgendetwas hat sie gegen mich. Vielleicht liegt es daran, dass du auf sie ballerst? Und gibt's eigentlich das Geld? Gibt's Geld? Eigentlich sollte es da Geld geben. Ah, jetzt ist hier noch irgendwas dazugekommen. Irgendjemand hilft hier noch. Ich wies nicht was, aber irgendwas schießt von links. Jetzt ist so. Oder auch nicht. Nee, das war auch nur irgendwas Kleines. Nee. Nee, nee. Jetzt ist sie glaube ich weg. Das war's? Glaub ich. Nein. Flieg in die Luft, du dickes Ding. Flieg in die Luft, du dickes Ding. Wo ist das? Ja, das ist das. G riden. Jetzt. Ja. Jetzt. Vollrioh. Und jetzt. Jetzt. Ja. Feuereich. 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 Böhm! Rums! Schön! Fein! Dann räumen wir mal den Rest weg hier, ne? Ich dachte, da gibt es jetzt ordentlich Kohle für. Ich glaube, für den Abschluss gibt es keine Kohle. Ich zahle auch das letzte Mal auch so, dass das nix ja großartig geht. Direkt? Nee, gerade zu ist nix, okay. Nehmen wir die da, gerade zu. Also ich schieße da schon noch was drauf. Achso, ich habe mal die 1 markiert. Ops, jetzt auch erwischt. Die Arme. Und das war's. Das war's, glaube ich. Wir haben hier vorne... Was ist denn da? Mach sowas. So, und jetzt hat mir irgendjemand gesagt, wenn wir... Man muss ein bisschen warten, dann gibt's hier auch Geld. Naja. Wobei ich mir nicht sicher bin, wie lang man sich da warten müsse. Also, vor Ort darf man weg. Ich glaube, vor Ort war die Rede. Wer ballert denn hier? Äh, vielleicht auch nicht. Äh, so, Direx, wo soll ich dich absetzen? Bei der Station? At the Station. Wo ist die, da ist er? Da, wo der Henry auch schon ist. Genau. Ich hab meine Wumsen leer geballert, aber da müssen Laserkanonen rein. Ich brauche, ich brauche Stufe 4 Laserkanonen. Sonst gibt das hier nix. Sonst gibt das hier nix.